Bei uns ist kein Tag wie der andere. Ständig wechselnde Herausforderungen in allen Gebieten, wie zum Beispiel Materialauswahl, Produktdesign, Fertigung und Qualität, lassen uns täglich dazulernen, um unsere Vorreiterrolle im Bereich der technischen Kunststoffbauteile weiter auszubauen. Als Familienunternehmen in dritter Generation vergessen wir dabei aber nicht die Menschen, die diesen Erfolg möglich machen. Gemeinsam produzieren wir mit 300 Mitarbeitern an zwei Standorten in Coburg und Ummerstadt jährlich rund 250 Millionen Kunststoffteile. Unsere Stärke liegt in der Herstellung von anspruchsvollen Bauteilen mit komplexen Geometrien. Hierbei verschieben wir gerne mal die Grenzen des Machbaren. Deswegen sind wir auch in ein neu gebautes Werk umgezogen, welches uns noch effizientere Produktionsabläufe ermöglicht. Durch ständige Innovation sind wir auch in Zukunft stets einen Schritt voraus. Wir sind groß!